Das Spiel ist seit über einem Jahr von uns nicht mehr beachtet worden, wir gucken mal rein, es ist ja weiterentwickelt, es gab weitere Patches und wie ihr seht, kann man hier jetzt Leute auswählen, wo ich dann jetzt nur diesen frei habe. Next Unlock, if you progress fine enough in this run, your next place will include these items, da kann man dann mal reingucken oder was, ne kann man nicht. Level 05, naja, das ist dann so, den suchen wir aus. Did you know the average life expectancy of homeless persons is 44, okay, I used to be such a big shoot, I started my own business and I think it's going pretty well for a time, a few bad choices and the company went bankrupt, stacking me down with it. I've lost everything, also ein Fehler gemacht und dann rausgeflogen und dann war's das. Gut, schau mal, survive the streets, find food and shelter, get a job, rent a home. Change is predominantly a rock-like experience about escaping to a new life. Each playthrough will be different and every failure leads to unlocking more things in your next run. Note, while this game has the intention of portraying the reality of the homeless, various aspects of sleeping rough have been abstracted for the sake of gameplay. Okay, additionally, you are playing in early access, there will be bugs in many areas of the game that are still in development. Okay, cute, da sind wir drin in dem Spiel. Wir stehen vor Häusern, wie immer. Und was müssen wir jetzt machen, steht da, ne? Schauen wir uns doch mal um, oder? Ah, das steht da noch nicht, aber das kommt da gleich auf jeden Fall. Now what? Hey, you new out here, if this is your first time, I've got a few tips on survival out here, yeah, sure. First off, you need to know where to get food shops are best, but there's always a way to getting fed. Second, this is important, always find a shelter before night, you don't want to be stuck out here in the cold, also immer eine Unterkunft finden. Now to get it on in life, you're gonna need cash, you can strap with, buy with begging, but finding a job is better, well, if they even possess you. So, finally, keep an eye out for police, don't let you be begging or anything, or they'll send you somewhere else or worse. Still a night in Seoul isn't so bad sometimes, okay? That will do, I reckon, remember to check your stuff regularly by clicking on the icon in the top right, good luck to you. Okay, now, I hope you can survive the winter, yeah. So, was haben wir denn hier so, hm? Da steht eine Flasche, mhm, da ist ein Karton, das Geschäft brauchen wir wohl nicht, weil wir haben noch nichts, da ist ein Polizist. Hier können wir Sachen nicht aufheben. Aha, dafür hältst du aber an, dass da, ah, hier gibt's ein Shelter, aber wir haben noch nicht sehr spät. Okay, wir haben das erste Geld bekommen. I got any spare cash? No. If you could just... Some change, okay. 1,39. Äh, wir haben 13.30 Uhr, die Zeit läuft relativ schnell ab, wie wir gerade sehen. Hier gibt's noch eine Dose oder sowas. Und, could you possibly... Äh, nee, could nicht. Sorry to bother you. Hm, ah, okay. 99 Cent. Da kommt ein Kopf, also nicht mehr machen. Und wir haben 3 Uhr. Äh, da ist nix. Was ist hier? Kann man da dran haben? Nein, kann man nicht. Können wir ins Geschäft gehen, weil wir haben ein bisschen Geld jetzt in der Tasche. 8,78. Select and eat them. Können wir stehlen. Snackbar, was du? Äh, wet wipes. Scarf, stay warm for long after, going indoor. Der Kurs 7,49. Ne, ich glaube, aber das ist schon eine coole Geschichte, aber... Buy something or get out. Können den Schalen natürlich kaufen, ne? Ist besser für den Winter, ne? Komm, zack. Am Pullover hat er jetzt auch noch. Das ist aber doof, ne? Äh, leave. Und wir können mal reingucken gerade. Scrap. City, Job. Hat er den gleich schon angezogen? Oder wie sehe ich das? Job City. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier zur Unterkunft kommen. Und mal. Shelter. Coefe, 8 p.m. Rest, take please through the night and get some free food. Must enter before Coefe. Before, okay. Medical checkup one day. Charity event. Können wir da schon? Und die ist über. A night in der Schalter. Schleppst, das nicht kommen, ist es night. Und du Tos und Ternal. Hours before we rest. Du bist woken by a Shriek in the night. Du bist woken, um zu sehen, wo es kamen. Exchanging glanzes. Wir woken up in confusion. Another Shriek. Almost a scream. Du bist woken, wo es kamen. Someone in the corner is having nightmares. I'm a rough looking guy. Und begins walking purposefully towards him. Shit. Not tonight. No way. This guy's gotta go. Wir sollen andere sich drum kümmern. Not tonight. Part of you. The brood scabs, the sleeping man scabs. A green sword of army jacket. It's the veteran you've seen around. The brutal brings himself in close, immersive, and intimate. And let us sleep. Old man, fuck's sake. The veteran looks around the room at everyone. As way back to bed. He looks disappointed. But at least now you can have some decent sleep. Okay. Ein bisschen happy sind wir. Und das andere, keine Ahnung, ist runtergegangen. Aber ich weiß nicht, was es ist. So, wir sind wieder auf der Straße. Da ist eine Dose. Die nehmen wir mit. Damit wir mehr Scrap haben. Da ist ein Cop. Kern vacancies. The daily issue spent 50 Cent for each paper. So, then sell them for 156. Success change. No study requirements. What about this? Study level. Okay. Kann ich das irgendwie machen? Ja, geht nicht. Weiß ich auch nicht, warum nicht. Laundry. Reinigung. Kann man irgendwie was hier gucken? Nein. Laufen alle an mich vorbei. Da kommt der Cop. Dann gucken wir mal hier. Ein paar Wechselgeld. Da kommt der Cop wieder. Die Flasche noch. Und das hier, was ist das? Recycling Depot. Okay. 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 Collect. Und leave. Okay, da haben wir das auch erledigt. Das ist ein Tauber. Da ist die Polizei. Hier weiß ich nicht, was da ist. Da gibt's nix. Da auch nicht. Da ist ne Dose. Da ist ne Dose. Und kutsch mal den mal an. Geh weg von mir. Da ist noch ne Dose. Da ist noch ne Recyclinghütte. 56 haben wir. Dann halt nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ach so, da drunter steht. Wall Keep. Low Agionist Less Effect on Bagging. Hearts of Stone. You're less likely to lose happiness when you're broken. Okay. Nimm mal lieber das. Ich glaub, das ist besser. Wir sind schon spät unterwegs. Das heißt, wir müssten dann gucken, dass wir jetzt ne Schlafstätte noch schnell finden. Die war doch hier irgendwo, ne? Wenn wir dann da so schnell hinfinden. Das ist die nächste Frage. 7 Uhr. Die musste aber schon hier sein, oder? Gut. Vor 8 Uhr. Rest of the night and today gibt's hier Medical Checkup. Machen wir mal mit, oder? Wie ist das? Another day is over. Some nights you can't help but feel a rage bubbling within you. Every day you have to watch all these people go about their daily lives. Will print and they don't see you in the gutter. Everything they need. A home, job, friends too. Probably something. Okay. And das nicht, ja, das ist nicht fair. Und toll. Okay. New Perk Street Pride. If you don't beckling, happiness each day. Wenn ich beckel, es gibt's in City Pro. Better encounters in the park. Wenn ich nicht beckel, dann, okay. You gotta check up and feel a bit hills here. Your next illness is prevented. Okay. Ja, dann gehen wir mal schnell noch ein bisschen gucken hier. Er ist hier. Da ist auch noch Unterkunft. Wir sammeln aber erstmal hier Klamotten auf. Da ist die Polizei schon wieder. Da ist ein Kopf. Da ist eine Bücherei. Da können wir was lernen. Hier ist ein Shelter. Da können wir schlafen. Vielleicht sollten wir was lernen gehen, wenn es dann geht. 2 Stunden Library Card. Okay, wir sind zu schmutzig. Das heißt, wir müssten mal irgendwo duschen gehen. Ist hier irgendwas? Ne, ne? Und da noch was. Real Estate. Der hat einen Job Van. Da ist ein Laden, aber wir haben nicht genug Geld. Und hier ist ein Recycle. 1,47 gibt's. Okay, da ist schon ein bisschen mehr. Und wir sind schon wieder am Nachmittag. Warte, da ist noch eine Dose. Die nehmen wir mit. Da liegt auch noch eine. Und da ist noch was. Polizei. Dann läuft noch ein Hund. Hier können wir das Geld noch schnell loswerden. Das machen wir jetzt auch noch. Äh, nicht das Geld. Das ist ein Schrott. So, New Perk. Scavenaging. Strong. Stomach. Mhm. Ich kann also mehr ab. Okay, dann nehmen wir das. Und wir müssen mal gucken, dass wir jetzt eine Unterkunft finden. Can I spare anything? Die Lampen gehen an. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir einen Shelter finden. Da. Gut. Da schlafen wir erstmal eine Runde. Und da müssen wir uns auch gleich mal reinigen. Dann sind wir ein bisschen besser drauf. Ich glaube, ich nehme das. Ah, wir haben was zu essen. Um das Essen haben wir uns noch gar nicht gekümmert. Das sollen wir vielleicht mal tun. Den Apfel vielleicht essen. Und das Sandwich auch. Das ist schon mal gut. Und das ist Müll. Also Zoom. Da gibt's noch was. Komm, wir gehen in die andere Richtung. Da war eben eine Wäscherei. Da ist sie doch. Konzers, Momos. Ich glaube, wenn wir das nehmen, ist besser. Und wir gehen mal gucken, dass wir hier waschen. Das kostet. Das kostet 3,99. Das müssen wir mal machen, ne? Jetzt sind wir mit 100% wieder sauber. Leave. Und da ist eine Bücherei. Dann gehen wir da rein. Ich habe zwei Bücher dazu bekommen. Ich habe zwei Bücher dazu bekommen. Und da haben wir ganz viel Müll aufgesammelt. Das hilft uns nicht weiter. I need help. Kommt auch nix bei rum. Und kommen da einmal schnell. Any spare change? Ich glaube der nicht. Gut. Collect. Leave. Dann gucken wir da mal rein. Was hat der für uns? Study required 20. Haben wir nicht. Okay. Und wie sieht's denn überhaupt mit aus? Study 3. Okay, da müssen wir noch viel tun. Resume. Dann sammeln wir hier noch ein bisschen Müll. Wie spät ist es? Oh, wir müssen schon Shelter wiederfinden. Da können wir noch was abliefern. 29 sind das nicht viel. Aber ist was. War hier nicht die Shelter? Ich glaube ja, ne? Die Geschichte war doch hier irgendwo, ne? Hinter der Library war, glaube ich, der Shelter. Soup Kitchen. Okay, ist heute. Dann sind wir auch satt. Passt also. Another day is over. It's been hard to dance. Okay, when do you cry yourself to sleep? Okay. Ja, da gibt's was zu essen. Aber das gab's direkt. Okay. Ah, stopp. Da ist ne Flasche. Da ist ne Zeitung. Fragen wir mal. Okay. Komm, dann gehen wir nochmal lernen. Study. Wieder zwei. Dann müssten wir jetzt fünf haben, oder? Ne, sieben haben wir. Dann läuft das anders. 2,48. Gehen wir da mal schnell das eintauschen. 98 wandert. Okay, fünf. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Ein bisschen. Okay. Okay, das war jetzt nicht so dolle. Komm, wir gehen mal hier gerade gucken. Ah, wir haben nix mehr. 4 p.m., das bedeutet, wir laufen mal schnell, gucken, dass wir irgendwo einen Shelter finden. Morgen ist die Suppenküche da. Dann kriegen wir was zu essen. Das war keine tolle Botschaft, aber das ist das Leben. Winter has come. Okay. Ja, jetzt sieht's nicht gut aus. No match. Greatly reduce chance of being mugged if you sleep somewhere different than the previous night. I'm an hater. Less food. Pests in the night take less food. Greatly reduce chances of being mugged if you sleep somewhere different than... Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das Besten? Ich nehme das. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich nehme das. Ja, es ist kalt in der Nacht, auf jeden Fall. Okay. 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 Sollen wir ein bisschen, aber das ist auch nur 21 Cent, aber wir haben schon 6,50. Vielleicht sollten wir mal gucken, was es so gibt. We have new stock everyday. Bigger bag. Carry more scrap. 6,29 kostet das. Könnten wir uns sogar leisten. Was ist das? Plain bread. 3,99 trash bags. Increases scrap. And carrying capacity. And carry capacity until you. Ja, dann nehmen wir den doch, oder? Oder nehmen wir den? Hm. Ja, komm, egal. Wenn dann richtig, ne? Leave. Recyclehof ist da gerade auch gewesen. Wie spät ist es? Morgens noch. Kein Geld mit. Kalt die Passe will. Und das ist die Passe. Mit der haben wir schon. Hier liegen noch Sachen, die sollten wir mitnehmen. Okay. Okay. Hier ist der Shelter. Und wir haben 3 Uhr Nachmittag. Da gab es nichts. Kriegen wir hier noch Lernen hin? Oder sind wir zu dreckig dafür? Oder ist schon zu spät? Wir können mal noch schnell gucken. Ja, hier gibt es noch eine Cyclingstation. 56 Cent. Und dann gehen wir zum Shelter zurück. Mach gerade mal einen Anfragen hier. Ach, da war irgendwo ein Kopf. Den hatte ich nicht mitgekriegt. Ja, komm, dann gehen wir da rein. Gains and Food Indembs. Aha, das ist heute. Ja, jetzt muss ich sagen, es ist sehr intuitiv, das Spiel, wie wir merken. Es ist immer noch das Gleiche. Es hat sich nicht viel geändert. Es ist ein bisschen schicker vielleicht geworden. Es ist mehr Inhalt reingekommen. Und sonst? Was ist sonst? Das ist die Frage. Also, man müsste einfach mal weiter gucken. Können wir hier was lernen? Nein. Hier ist der Low. Das heißt, wir müssten dann erst Klamotten waschen. Warum steht er davor? Cycling 7 Cent. Stranger on the Street. So you're not the only one who's down on their luck or their talk. Name spell, what's yours? Okay. Jetzt wissen wir, dass der Bill heißt. Ist das was gebracht? Jetzt suchen wir mal Müll. Wir sind dreckiger geworden. Und da sollten wir als erstes was dran tun vielleicht. Dass wir dann nicht unangenehm riechen oder sowas. Ein Shelter ist da. Laundry. Da können wir unsere Klamotten waschen. Für 3,99. Das shoppen wir also nicht. Dafür müssen wir erst Geld haben. Open ist das Geschäft. Für 1,71 gibt's da auch nix. What's got you is. 1,20. Damit werden wir noch nicht sauber. Da geht es nicht um. Und dann kann ich wirst. Nope. Also wenn wir es zer val andet oder magge. nix auch nix na dann mal gucken dass wir unterkunft finden an der ist ja schon hier das heißt wir müssen keine unterkunft finden das sind eigentlich noch ein bisschen ausharren hier und zu gucken dass wir irgendwo was finden man könnte auch narsch und diese person nix was hat er da jetzt gerade you need something das ist wenn wir hier na kann ich spare nix 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 hier, die sich geändert haben. Ich weiß jetzt nicht. Der Bus. Ach, wir können dann weiterfragen. Ah, da gibt es noch neue Gebiete, die wir noch nicht gedeckt haben. Library, Shelter, Real Estate, Job Office, Encyclopedia, Depot, Toilette, Move to New Area, Toilette. Haben wir denn, ach so, jetzt haben wir bestimmt irgendwie Geld bezahlt, um mit dem Bus mitzufahren, ne? Travelling, okay, das gab es, glaube ich, damals nicht unbedingt. Und der sitzt uns jetzt direkt an der Toilette ab. Oder wie sehe ich das? Da können wir dann mal reingehen. Dann können wir uns wurschen. Also, einigen. Können Warm-up machen. Und dann fliegen wir vielleicht raus. Und leave. Und dann gehen wir ins Shelter zum Schlafen. Rest. Nächsten Tag gibt es Suppe. After putting the scruffy blankets of your bed over, you fall into sleep in moments. Hear someone weeping in the night, your eyes open to realize it's then. It sounds like it's actually coming from that bunk. Ignore. You decided it's best to leave it alone. It's not like it's strange to hear someone crying in here. Muffled wimpers on Tim New for a while before someone shout. Let us fucking sleep. The crying stops our latest. Okay, alles klar. Winter is over. Wir haben den Winter geschafft. So sieht's aus. New Malady. You haven't cleaned your clothes for a while. Here in the snow have kept at 50 until you visit the laundries. Okay. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch Klamotten zusammen kriegen genug. Hier gibt's auf jeden Fall was anderes. Hier können wir mal reingucken, dass wir was verkaufen. Haben wir. Aber Wäscherei kostete ja auch 3,99 oder wie war das, ne? Fragen wir den nochmal. Hat er nicht. Stop pestering me. Okay. No, not in a hurry. Okay. Und dann gucken wir, dass wir hier noch was finden, wenn es hier was gibt. Da unten ist eine Dose. Hi, can you help me? Real Estate. Da ist eine Flasche. Und dann gucken wir hier mal. Da ist es nix gefunden. Da ist ein Dingens. Spät ist es. Mittag. Können wir was austauschen. Jetzt haben wir 3,10. Das ist noch nicht genug. Müssen wir mal gucken, dass wir noch was finden hier. Da können wir uns mal waschen. Okay, 49. Das ist ein bisschen hochgegangen dadurch. Reicht das hier? Ja. Dann machen wir noch ein Study hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen was gelernt. Work, Studi, Student, Work, Actics. Work, Work, Studi, and. Es ist shorter, degrees, Tanger, the sky while studying. More cash earned from jobs. Ne, dann nehmen wir erst das. Das ist, glaube ich, besser. Jetzt können wir mal gerade gucken, wie weit sind wir denn hier. Das ist 6. Ach, man verliert das auch noch oder so was. Das ist ja krass, ne? Essen. Essen. Und das hier. Dirty clothes is your clothes on. Achso, okay. Ja, Laundry ist, sag schon, bei 3,99 oder was war das? Just a little change. Mach du nicht. Hier gibt's Sachen. Hier ist der Park. Wo geht's denn da rein? In den Park? Park. Ne, das ist zu spät. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch schnell was finden, wo wir schlafen können, ne? Das ist auf jeden Fall Geld. Junker. Und Roma. How much? Change to find additional scrap when searching trash. Change to find additional... Small chance to find additional change when searching trash. Ich glaube, das ist Ritter. So. Nehmen wir das. Geld findst du sowieso nicht im Müll. I don't suppose. Oh, you stink. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier einen Unterkumpf finden. Oh, please, I need help. Komm, schnell laufen hier. Wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt noch einen Shelter haben. Da ist einer. Gut. In einem Tag gibt's da was zu essen oder so. Was ist das da gerade in Rot gewesen? No, the day is over. Okay, wir sind wieder mieser drauf. Alles gut. New Perk Street. No longer lose happiness from sleeping outside sheltered. Increased hunger recovery in shelters. Okay. Ach, da können wir auch außen schlafen. Das ist vielleicht sinniger. Also sinniger nicht, sondern besser, wenn wir das machen. So, da können wir was austauschen noch. 28 Cent. Dann suchen wir noch weiter Müll. Gehen wir uns erst waschen. Oh, schon wieder den Polizisten nicht gesehen. Jetzt ist moving to a new area. Okay. Gut, dann suchen wir hier mal das auf. Platzverweis gekriegt. Laundry, okay. Da müssten wir jetzt aber 3,99. Wash closest. Das haben wir schon. Jetzt ist unser Problem erstmal weg. Koppel ist gerade um die Äcker. Dann können wir das ja machen. Nächster. Keine Hard Change für uns. Alright, ja, okay. Da haben wir was gekriegt. 1,81. Das ist schon mal gut. Ne, fragen wir noch. Okay, ja, okay. Da haben wir was gekriegt. Nochmal 1,51. Das ist schon mal super. Hier ist noch was zum Aufsammeln. Da gibt es noch eine Flasche. Da ist noch was. Und das können wir da auch noch austauschen, umtauschen. Jetzt haben wir richtig viel Kohle mit 4,66. Das ist ja schon mal was. Kriegen wir nichts. Das ist schon zu, oder? Ja. Nur bis 3 Uhr PM. Im Laden. Gucken wir mal weiter. Hier können wir nochmal was austauschen. Haben wir auch geschafft. Ja. Und dann. Gucken wir mal an den Automaten. Den kennen wir noch gar nicht. 79 Cent. Da haue ich so Schokolade. Ne, den will ich jetzt nicht haben. Gut. Und da ist ein Shelter. Dann. Sammeln wir mal hier noch einen. Da gibt es auch noch was. Da können wir uns waschen. Aber wir sind es mir nicht sauber. I'm in a rush. Aha. Gibt es nichts. Da können wir nochmal verkaufen. Ist aber nicht viel drinne. Collect. Leave. Die Zeit ist schon rum für einen Shelter. Looks like it's gonna be another night on the street. Ja. Und dann nehmen wir hier die Bank. Geht das? Weiß ich gar nicht. No day is over. As you start to settle down for the night. You see a dog nearby. It doesn't notice you have his hands still stuck back at you will with eyes. It looks like a stray. Maybe you could try petting it. Na komm. It doesn't move as you get those eyes. It just does. And it is reaching outwards. Your hand is shaking as the dog takes a single stop forward. Treats it with its nose to inspect your hand for a moment. Then instantly calms down and starts bugging its tail. You made a friend. So. City in the table. Also a table of paper has printed a story about how some homeless people could save their life in Menschen. People are less kind. Okay. No more depression. You cannot walk or study if your happiness is less than 40. Lose happiness each day. Okay. Jetzt haben wir noch einen Hund, den wir auch noch versorgen müssen. Ja, gut. Aber das mit dem Hund, das machen wir dann, denke ich mal, in der nächsten Runde. Wir gucken nächste Woche nochmal da wieder rein. Nächste Folge und schauen dann, wie es weitergeht. Und ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir den versorgen müssen. Aber irgendwie müssen wir daran denken, dass der auch was kriegen kann, ne? Denke ich mal. Weiß ich aber nicht. Der Officer da. Den müssen wir mal laufen lassen. So, da können wir was verkaufen. 1,12, 6 haben wir. Das ist schon mal ein bisschen was. Haben wir noch was im Rucksack? Ich glaube nicht, ne? Hier sind so ganz viele Werte, die wir ja noch gekriegt haben. Perks. Ja, gut. Dann würde ich aber auch sagen, sind wir erst mit dieser Runde durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja. Wenn ihr noch nicht habt, macht ein Abo. Gebt einen Daumen hoch, falls euch die Folge gefallen hat. Und die Glocke. Gebt euch einen Hinweis, wenn ich das nächste Video hochgeladen habe. und ja, Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein, dann können wir darüber diskutieren, wie es hier weitergehen soll oder sowas. Und ja, teilen immer sehr schön, damit es richtig weitergeht. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum, warte mal, nächsten Mal. Skarft. Das habe ich wohl schon automatisch an. Alles klar, bis dann. Tschüss.